Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vapesie Investigation. Ich bin der Simon, das ist La Planta di Muerte, El Hosto. Und heute geht es um die Schadstoffbelastung in Dampfshops und das peinliche Gestammel der amerikanischen CDC zu diesem Thema. Ja, wie immer vorweg, was dampfe ich? Und zwar habe ich hier die Vaporesso Revenger mit dem Engine 2. Da drauf ist das Nebelfee Jigsaw Drip-Tipp und drin ist Riptide von Pinkspot. Für viele sicherlich ein alter Bekannter jetzt als Shake & Vape. Achso, Himbeer, Erdbeer mit ein bisschen Menthol für die, die es nicht kennen, obwohl das wahrscheinlich viele kennen, das Riptide. Ja, was ist passiert? Ein deutscher Blogger, nämlich Vapun, ist über ein CDC-Dokument gestolpert vom letzten Jahr, nämlich aus dem Juli 2017. CDC, um das ganz kurz nochmal zu erklären, jetzt muss ich das mal aufmachen, hier das Center for Disease Control, die tatsächlich eher E-Zigaretten-kritisch sind. Das ist also bei denen quasi so eine öffentliche Gesundheitsbehörde bei den Amerikanern, die ein relativ breites Spektrum haben und da gehört aber auch Schadstoffbelastung dazu. Sie überprüfen das also auch bei Firmen und in diversen Bereichen und geben dann ihre Meinung dazu, ist das gefährlich oder nicht. Und die haben sich das, wie gesagt, in Dampfshops angeschaut, die Belastung zu diversen Stoffen, insbesondere was jetzt Nikotin angeht, Propylinglykol, Formaldehyd, Diacetyl, also diese bekannten diskutierten Stoffe. Und gefunden haben sie nichts. Es ist wirklich, wenn es nicht so traurig wäre, dass das da so ein Aufwand betrieben wäre, man könnte wirklich drüber lachen. Das war alles deutlichst unter den Richtwerten für Arbeitsplätze, die sogar ganz generell bestehen. Und das CDC hat also in diesem Bericht mal sehr ausführlich erklärt, warum zum Beispiel Formaldehyd jetzt ein Problem ist und warum zum Beispiel Diacetyl ein Problem ist. Und das Fazit darunter war dann immer jeweils sehr kurz. Was wir gefunden haben, war die und die Menge und das ist halt so und so weit drunter unter den entsprechenden Richtwerten. Sie haben das aber auch zumindest in dem Bericht sehr offen kommuniziert, dass sie wirklich gar nichts irgendwie Bedenkliches gefunden haben, was da irgendwelche Richtwerte gerissen hätte. Und deswegen ist die Kritik, die sie da tatsächlich haben, also die haben sich dann halt Dampfshops ganz konkret angeschaut und haben da Dinge gefunden, die sie gestört haben. Die ist allerdings, ja, die wirkt ein bisschen hilflos, denn das grenzt wirklich schon ans Lächerliche, dass die dann zum Beispiel sagen, man müsste einen Ventilator so hinstellen, dass er halt die Theke anbläst, weil der Formaldehydwert dort ein klitzeklitzekleines bisschen höher war als ein Meter daneben. Unvorstellbar, also als Tipp einer Gesundheitsbehörde, stell doch den Ventilator anders hin. Wow, wirklich, das ist wirklich so zum Lachen eigentlich. Und dann haben die noch gesagt, keiner der Angestellten benutzt Handschuhe, wenn er mit Nikotin hantiert. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die werden alle sterben. Nicht? Ja, also, ähm, und zu guter Letzt, und da habe ich, also das ist auch der einzige Punkt, wo ich ein kleines bisschen Verständnis habe, die haben halt gesagt, da lag halt so eine Nikotinbase im Kühlschrank zusammen mit Lebensmitteln. Nun ist das in dem Fall natürlich kein Problem, wissen wir. Zumal die Flasche ganz unten lag und Flüssigkeiten ja nicht gegen die Schwerkraft hochlaufen. Aber ich kann schon verstehen, wenn man jetzt so ein Prüfer ist für solche Dinge, dass man irgendwann für sich so generell abhakt, Lebensmittel mit irgendwelchen Nicht-Lebensmitteln zusammenlagern, blöde Idee. Und wenn man das mal so verinnerlicht hat, wie gesagt, ganz unabhängig von der Dampferei jetzt, dann ist das natürlich auch was, was dem dann auffällt. Das finde ich jetzt nicht so ein Riesendrama, dass man dann sagt, okay, bitte bewahr doch jetzt irgendwelche Nikotinbasen. Oder, also, da reden wir wahrscheinlich auch von Bunkerbase, weil das ist ja in einem Zeitraum gewesen, wo das noch sehr üblich war. Also nicht gerade eine Dreierbase oder so, sondern schon ein bisschen was Höheres. Dass man dann sagt, ach, bitte mach das doch nicht zusammen in den Kühlschrank mit den Lebensmitteln. Ja, geschenkt, sage ich mal, geschenkt. Ist völlig in Ordnung, dass man sowas mal anspricht. Ist in dem Dampferbereich natürlich jetzt, im Gegensatz zu anderen Bereichen, wo das schon wichtig ist, ist das natürlich alles kein Drama. Aber wie gesagt, so das Fazit, also man misst da tausend Sachen und findet im Endeffekt nichts. Und was für mich so als Fazit wirklich zum Lachen überbleibt, ist halt, stell doch bitte den Ventilator anders hin. Wow. Ehrlich? Naja. Aber schön, dass solche Dinge halt von einer sehr kritischen Seite aus kommen und die versuchen da was zu finden und scheitern. Schon witzig. Also ich verlinke euch natürlich den Artikel vom Wapun dazu und auch das CDC-Dokument selber, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja. Mal was Schönes, auf das man mal zurückgreifen kann an eine entsprechende Stelle, wenn dann mal wieder angebliche Schadstoffbelastung durchs Passivdampfen irgendwo als Sau durchs Dorf getrieben werden. Ansonsten, ihr kennt das Spiel. Teilen, liken, erzählt es euren Freunden und unterstützt mich auf Patreon. Bis zum nächsten Mal. Euer Simon. Bis zum nächsten Mal.